Was geht ab und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Wir reagieren und zwar neuer Tag Eigentlich gleiches Format ja wir reagieren heute nämlich wieder vor allem auf einen Short Film Diesmal aber von Cheon Darai von Filmgeek Ich bin sehr gespannt die machen nämlich normalerweise wirklich hochqualitative Kurzfilm Also wirklich ich bin sehr sehr gespannt das Video dort 12 Minuten 50 Also schauen wir es mal an und dann können wir ein bisschen vergleichen Ich meine das ist ein Animationsfilm, das ein, ja keine Ahnung, ein Menschenfilm Also bin ich mal ziemlich zwiegespalten, abonniert gerne den Channel falls ihr neu seid Schaut auch gerne auf TikTok vorbei, da habe ich mir zum Challenge gemacht jeden Tag Mindestens ein Video noch dazu zu diesem, heute kommt dieses und dieses Video online zu machen Also schaut da gerne vorbei, ich möchte auf jeden Fall die Followerzahlen in die Höhe treiben Also abonniert auch gerne auf TikTok und ja, schaut gerne 50 Gramm vorbei, links sind alle unten in der Beschreibung Und abonniert vor allem hier gerne diesen Channel, danke, wir haben wirklich in letzter Zeit so viele Views und Abos Ich bin wirklich so stolz, macht weiter so und teilt doch gerne unseren Channel mit euren Freunden Falls ihr unseren Content feiert, lasst doch gerne irgendeinen unten da, wir sehen uns jetzt das Video an Wir sehen wahrscheinlich gleich wieder das Raumschiff, genau Das hatten wir gestern schon am Anfang, aber sehr sehr gut wieder animiert Ich würde es interessieren, kennt ihr, ich kenne zwar die paar Kurzfilme, aber machen sie die Filme selbst Oder haben sie da vielleicht ein, zwei Leute, die die Grafik-Sachen machen Also die Soundqualität ist schon mal hardcore gut Ich würde gleich mal wieder leiser drehen Also das ist einmal wieder sehr, sehr cool gemacht Der Mörder Ach Nö Das müssen wir dann Okay, also wie ein Pfeil dann, oder? Das ist doch gut gemacht Ah, die Schlipskarte, es läuft, oh mein Gott Schnell, 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 schnell Nein, zu schnell Es ist zu schnell Ach Nö So knapp vom Ziel, oh Mann Among Us Ja, das ist wieder sehr, sehr Alter, ist das gut gemacht Das ist die Lobby, denke ich mal Englisch? Okay, ich glaube, das verstehen wir eh alle What? How? Stab mit einem Knopf Lol, Alter, ist das gut gemacht Also, wow, also wirklich mega gut Die sollten das öfters machen Also machen sie auch öfters, aber Halleluja, die Qualität ist 1A Bombe, also wirklich Die Qualität ist extrem Aber ich muss leider sagen, ich kenne keinen Ich habe einen hier, ich will einen Ich will einen von ihnen schenken Huh? Would you mind? He's got a point What's the motive? The virus You're saying it's here on the ship Genau, einer ist der Mörder Huh Genau Diese Frage, glaube ich, stellt sich hier an Not yet But according to her intel Was first discovered on Polis A few months ago At first we thought it was Some kind of brain disease Comparable to rabies, perhaps But this one's different It infects one's personality And it turns seemingly normal people Into mass murderers I want a Polis to buy it Well, there must be a way To detect it, right? Blood analysis Or signs of pupil dilation The scanners in Medbay would probably be able to detect something But unfortunately Yellow's biosignature is the only one registered to use it I'm too far from HQ to call for backup So So, we're on our own then We could check camps Where did you find a man? In the hallway between storage and cafeteria The recordings were deleted Whoever the impostor is That's exactly Hmm, that's natürlich blöd Die Aufnahmen sind gelöscht Und Ähm Natürlich weiß keiner wer der Mörder ist Aber die spielen halt leider Ich dachte mir das wäre so cool Dass sie sich auch ein paar Runden spielen Wie in Mario sein Game von gestern Könnt ihr gern vorbeischauen Video ist auch oben verlinkt Aber in Mario sein Animationsvideo Da haben sie auch immer so ein paar Runden gespielt Und dann ist immer einer gestorben Das ist ein bisschen anders Also die Die campen dann schon nur in der Lobby Vor einer Stunde Okay Well Well Before going to bed Ja, sie würde nicht lieben Like that We're doing tasks in electrical or not I was Fixing wires And you were there the entire time I had to redo them several times So yeah Just so happens that no one was around to confirm your story, huh? Das Ding ist halt die Farben erkennen möchte Also er ist natürlich Blau oder lila Nein, sie ist lila Er ist blau Er ist orange Ist er grün oder schwarz? Das ist komisch Ah, black, okay, okay Sie ist black Is das Emrah? Ja Is das Emrah? Siehst du, Mora? Das ist mega gemacht Dekontamination Warum wollte sie sich dann das Messer nehmen? Das ist das Virus, die du mit sprachst Wir sind nicht weg von dir jetzt Sie könnte dich oder ich Oder black 10 9 8 7 6 5 4 3 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 10 11 12 11 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 15 16 15 15 15 15 15 16 16 17 Wie hält das Messer bitte? Wow, mega, mega gut! Es ist er der Hauptverdächtiger! Der Imposter ist noch in uns. Ja, ich weiß, er ist, Captain. Er sitzt direkt da in front of uns. Wenn ich richtig erinnere mich, warst du sehr vocal über Blame Purple. Obviamente, sie war inocent. So, das macht dich auch in Gefahr. Ich? Jetzt hast du mich? All ich sagte war, dass ich sie in der Halle gesehen habe, wenn sie in Elektrik gewesen wäre. Hey, lass sie weg. Sie hat nichts zu tun mit. Sweet. Ah, niemand von den zwei scheitbaren Lieblingslehrern wäre von den Imposter, oder? Das kann nicht sein. Ich meine, sie waren sehr beschäftigt. Ich glaube, Grün ist es. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Grün ist. Hey, du besser siehst, was du sagst, Mann! Lass uns das einfach logisch ansehen, okay? Warum wird Blu vor allem auf sich zu erinnern? Ich meine, was? Was? Er killt Orange und dann entscheidet, sein Glas und wartet, jemanden zu finden, ihn zu finden? Warum nicht einfach weg? Vielleicht war das seine große Brainstrategie hinter ihm, um ihn weniger lustig zu sein zu machen. Reverse Psychologie. Oh, ich bin Blu. Ich bin so schockt. Ich habe sogar meinen Dring verbreitet. Also, es ist definitiv... eine harte Entscheidung. Also, ich würde mal sagen, es ist grün, aber es kann natürlich jeder sein. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt, ähm, Lila ist. Äh, sorry, Blue ist, also... Warum? Wenn es in Blu ist, dann muss es einer von uns sein. Das ist Array, sorry, also... Das lässt dich auch. Ich bin auf Cams und ich habe dich nicht irgendwo gesehen. Also, wo warst du? Die Daten und Kommunikation. Warum waren du wieder auf Cams? Ich meine, wir alle glaubten, es war grün. Also, was... Mhm. Kannst du nicht sehen, was hier passiert ist? Wie Blu ist versucht, uns gegen uns zu tun. Komm, nur ein Sicko wie ihn wird werden, einen verdammten Knopf mit dem Captain Skull. Aber das ist das Gute an diesem Film, wirklich. Also, die haben es geschafft, auch diesen psychischen Hintergrund von dem Game. Ähm, also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein Psycho-Thriller-Game ist, wenn das ist, aber... Es ist einfach dieses... Er kann sein. Er beschuldigt ihn. Er kann sein. Du musst ein Schind-Obs erst. Wiederum kannst du von anderen beschuldigt werden. Und das haben sie wirklich gut hier eingebaut. Ich glaube, es ist grün. Grün stichelt alle gegeneinander auf. Das ist grün. Das ist grün. Ich komme auch. Das ist grün. 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 Das sind grün. Wenn ich mich gefunden habe, ich versuche, ich kann... Zack. Sie ist der Mörder. Sie ist es. Sie ist es. Sie hat einfach alle in das Licht geführt. Sie hat gewonnen. Das ist ein Ausgang, den man nicht so erwartet hätte. Hatten wir gut? Das war es hier schon. Mega, mega gut gemacht. Also man wusste wirklich bis zum Schluss nicht, dass es schwarz war. Und das ist halt auch so ein bisschen das Gefährliche, dieses süchtig machen. Mein Bruder und ich haben eine coole Hunde am Samstag gespielt. Die wird auch noch die Woche angekommen. Ich glaube, man sieht es aber nur seiner Sicht und hört auch nur ganz dumpf mich im Hintergrund. Wir hätten es zuerst geplant, dass wir es beide aufnehmen. Aber hat natürlich wieder nicht ganz funktioniert, so wie es funktionieren hätte sollen. Ich kann euch nur einen Tipp geben. Später kommt nochmal CL, also Champions League, mit zwei coolen Matchs. Aber ich glaube, die kommt diesmal in zwei einzelnen Videos. Schaut euch gerne vorbei, abonniert gerne unseren Channel für mehr Reactions, Gaming, Reactions. Natürlich dann auch Champions League am Wochenende. Wird auch was Neues kommen am Sonntag, weil MotoGP glaube ich werde ich nicht mehr bringen. Also vielleicht kommt da am Sonntag auch noch was anderes. Vielleicht mache ich ein Racing Event nur für Sonntags, also so 50% Sunday Racing oder so. Aber das kommt dann immer nur, wenn nichts ist. Also schreibt gerne in den Kommentaren, was wir machen können als nächstes. Am Freitag wird es ziemlich cool. Nein, wir racken wir Freitag wieder. Das nächste Mal racken wir aber gleich wieder morgen. Heute hätte eigentlich FIFA 21 kommen sollen. Hat sich leider nicht ergeben. Wir sehen uns hoffentlich später nochmal zu CL. Abonniert den Channel gern. Schaut euch gerne auf TikTok vorbei. Jeden Tag zwei Videos online und auch auf meinem Profil. Das habe ich aber nie irgendwo verlinkt. Also gebt einfach meinen Namen ein und da findet ihr schon. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gerne den Channel. Schaut euch gerne, wie gesagt, auf TikTok und Instagram vorbei. Vielen, 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 vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.